Also wenn Gott zu mir spricht, dann fällt meistens ein Zettel vom Himmel, wo drauf steht, was ich zu tun habe. Nein. Diesen Fragen wollen wir nachgehen und das Thema Prophetie ausloten. Wir wollen Gottes Reden in allen Facetten wahrnehmen und das Gehörte umsetzen. Auch wollen wir uns der Verantwortung bewusst werden, was es heisst, im Namen Gottes Worte weiterzugeben. Wir wollen uns durchdringen lassen von seiner Liebe, damit wir ein Werkzeug werden in seinen Händen. In dieser Werkstatt durfte ich einfach merken, wie liebevoll Gott ist und dass er da wirklich etwas in mein Herz reingelegt hat, an einer Begabung. Und das hat auch zur Entfaltung gekommen, jetzt auch in dieser Zeit. Während der Werkstatt für Prophetie entwickelte sich für mich ganz persönlich eine Begeisterung für den Heiligen Geist. Was mich besonders gefreut hat, ist diese Vielfalt, zu erfahren überhaupt, die ganze Vielfalt von den Prophetie überhaupt. Persönlich bin ich auch extrem weitergekommen, in meiner Beziehung mit Gott einfach zu gucken, was ist mein menschliches Geprägtes, was ist mein kulturelles Geprägtes und was ist wirklich Gott und wo möchte Gott mit mir hin. Neugierig und hungrig, das Thema Prophetie auszuloten? Dann sei herzlich willkommen!